Ah, ich bin nicht da vom... Pflanzen. Und Level ab! Wuh! Echt? Ja man. Krass. Was ist denn die Zielort? Ja hier. Das muss ich gleich spawnen wieder. Oh, nice Aber gut, die Gegner müssen wir ja nicht töten, also... Geh ich mal weiter Ja, klar Komm schon direkt nach Aaaaah Help! Oh, nee Okay, mir fehlen noch fast 16.000 Routine What? LOL Hast du doch Dessarium gemacht, oder was? Äh, kann sein, weiß ich nicht Krass, 16.000 ist viel, Digga Das ist richtig viel Im Feld hast du ja auch keins gemacht Nee, haben wir mit dir alles zusammen gemacht 16.000 ist viel Egal 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 Ok Wo ist der? Lass mal ausrüsten hier Wo der ist? Wie mir alles plus 16 gibt Komm her Wer ist der? Wer ist der? Wo ist der? Wer ist der Stress, Alter? Wo ist der? Wer ist der Stress will? Eins gegen eins mach ich mit dem Stress Oh, wo ist denn der jetzt? Wir kriegen gar keine Ausrüstung, weil... Da ist er doch Der ist er doch Komm mit! Wer will der Stress mit den Lernierer Dann läuft der halt weg Dann läuft der halt weg, Mensch Wo ist der? Ja, der ist hinter der Mauer Ist nach draußen, so ein bisschen Du hast ihn doch Oder? Ja, jetzt Wieder mit Lorenz hier sprechen Ja, jetzt Mach das halt Gut, dass du vorwennst Ich weiß Ich find's wahrscheinlich Mhm Mhm Hahahaha Ok, komm hin Da ist er Da ist er Alter, und ich hab die Akku wieder von allem, Mann Ok, hätte ich gewusst, dass er so lange redet Hm Nein Untertitel Auf jeden Fall nicht Das macht mir gar nix Ich geh weiter, geil Tschüss, hab rein Ja, tschau Ich will jetzt noch ein Fade machen, alle mit 22er. Ja, ich will schon. Mach das Prinzip mitmachen, ne? Ja, lass uns das machen. So ein Fade. Willst du mitmachen, das Fade, dann machen wir was mit, okay? Wir machen es mit, wir machen es jetzt mit, ja. Machen wir was mit? Ja, okay. Komm, Geil? Ja, bin da, bin da. Ja, mach doch. Bist du da? Ja, klar bin ich da. Alles ob, Alter. Was soll ich sonst sein? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum kommen die Gegner fast einzeln? Ja, geil, ne? Ah, die spawnen da unten. So zum Teil anscheinend. Das ist ein richtig dummer Spawnpunkt, ja. Ja, richtig bin, ja. Die müssen immer überarbeiten, das ist ein dummer Spawn. Aber gut, ich mein, da wir jetzt ein Video haben, ne, sagen wir das denen indirekt. Und dann guckt die Square Enix das Video und denkt sich, ja, okay. Tut uns leid, kommt wieder vor. Und wir so, nein, kommt nicht wieder vor. Und die so, doch, ist unsere Entscheidung. Und wir so, okay, da haben wir uns verkackt. War mir halt doch nicht gut. Okay. 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 So, auf geht's. Der nächste Gegner bringt die Entscheidung. Jetzt ist fertig. Ich weiß. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Untertreib das heils. Untertreib das, okay? Untertreib das, okay? Okay, wir laufen weg, wir laufen weg, wir laufen weg. Effehl noch. Oh, geil. 332. Houti. Da ist er! Der Pissbeutel Alter, und schon wieder läuft er... Zum allerletzten Mal mit dem Reden Was ist das? Hat er keine Freunde oder was? Danach steht's zum allerallerletzten Mal, wir müssen wieder aus der Gruppe raus Warcraft-Rage Ja, ist wieder so'n Solo-Ereignis Ja, nice Danke, gell? Ja, auch rein, gell? Viel Glück Wo wir sind ja auch, ja Viel Glück Gönn dir 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 Ich muss eigentlich auch das Prinzip nur auf den gehen, weil das scheint ein bisschen Schaden zu kriegen. Achso, das weiß ich nicht. Ich habe ihn eingeschläfert. Ja, aber bei mir macht er gar nichts. Ich bin wie ein Penta gerade. Ah, jetzt macht er auch nichts, lol. Ah, jetzt bewegt er sich. Dann scheiße, da haben auch noch mal andere Bustarde gerufen. Okay, kein Thema! Ist nicht so, als würden wir einfach regeln, ne? Für die Bosse, ey. Ja, ich gehe da auch so auf die kleinen hier. Ja. Forbidfor, Bescarios, Machinaifer, Decurio... Oder noch einen etwas größeren gerufen, okay. Echt? Bei mir auch nicht. Loll. Direkt, wenn er anfängt, einen zu rufen, eine Gruppe. Dann ist ein Großer dabei. Da sind etwas fetterer. Decurio? Äh, Kohorte. Ja genau, Decurio, der dritte Kohorte. Ja, nice. Der dritte Kohorte, was? Der dritte Coyote. Wollte ich auch gerade sagen, die haben Coyote falsch geschrieben. Ohhhh, haja, haja, haja. Möchtest du, machst du nichts, mann, nn, 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 nn. Der macht so nichts. Das war's. Gönn dir den Kampf, ja? Ja, definitiv gönn ich mir. Du auch, oder nicht? Wie hieß das? Sagen wir so, der hat noch 20% LOL, ok Was ist bei dir? Ja, noch, äh, Moment 67 Läuft Jetzt gehen aber alle auf den Alles, da ist er gleich tot Da geht er daun Da geht er daun Das kann nicht sein Und dann geht er einfach Es tut mir leid, bitte verzeih mir Blablabla und dann läuft er weg Ja, ist doch kein Thema Lass ihn einfach über alles machen, was er will Kannst du wenigstens in die Gruppe einladen, wenn du willst Äh, wie du willst Nur übrigens dann Ja, hab ich nicht Ich weiß, deswegen sag ich's auch Ich weiß, deswegen sag ich's auch Deswegen sag ich's auch Okay Geil Wunder Boy Ein richtiger Boy, alle Ja 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 Kein Problem Da steht sie Wunder, ist das gar nicht mehr zu da? Ja Nur noch Super-Tank Nee, Eta Eta, man Ja, du kannst nur deine MP heilen Uuuu, neues Dungeon? Oder? Äh, mal gucken Komm Baut er auch nicht ig Da gibt's Den Säge Ei Ich Ja, sieht so aus. Ein neues Dungeon. So, jetzt können wir wieder was für die Community tun, nice. Endlich mal, Alter, hol doch mal Zeit. Ja, das ist toll. So, muss das sein. So, dann kannst du ja direkt das Go machen, aber beziehungsweise erst mit den Reden. Tausend Löcher von Totorak im Zugängnis. Okay, würd ich sagen, machen wir das, ne? Willst du es wirklich noch machen? Ja. Ich meine, eigentlich geht die Aufnahmesession jetzt noch eine Viertelstunde. Aber, ne? Die Viertelstunde können wir nicht anders erfüllen. Dann würd ich sagen, machen wir das halt noch mit. Und dann haben wir halt ein bisschen Überlänge gemacht. Aber ist auch gut, dann haben wir ein bisschen Puffer so. Ja, meint der, hab ich gesagt. Teilnehmen. Nur der Anführer, ja, dann mach du. Teilnehmen. Mach doch. So, dann warten wir. Das ist eine schwere, ne? Eine relativ. Ja, relativ schwer. Wo man nicht einfach jeden Weg langen musste und jeden Gegner töten, weil man so Sachen einsammeln muss. Ist es nicht das? Du musst so komische Dinge einsammeln, die du dann brauchst, um Türen zu öffnen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist doch diese komische Villa oder was. Ne, ist nicht die Villa. Das ist noch die, das sieht aus wie so eine Höhle halt. Die halt voll lang geht. Die Villa kommt, glaube ich, als nächstes. Ja, du wirst dich erkennen, wenn du bedossst. Deswegen hier 1000 Löcher, weil das halt so komisch labyrinthförmig ist, das Ganze. Das wird ein Spaß, ey. Freue ich mich jetzt schon. Übertrieben. Ich leg's immer darauf, dass du kein Tank bist, Alter. Da wird es nicht wir vorgeben, wo wir langlaufen, Alter. Müssen wir dem Tank hinterher laufen. Das fackt mich immer am meisten ab. Ganz genau. Gerade für so Dungeons, ey.